Sonntag, das 17. Dezember 2023. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video am 3. Advent. Wir öffnen heute das Adventskalendertürchen. Am Beginn macht der Netto Adventskalender das Türchen. Und wie ihr schon sehen könnt, es kommt ein Auto zum Vorschein. Der Kaufland Adventskalender hat da unten das Türchen hier. Und eine Sternschnuppe kommt zum Vorschein. Bei dem hier, wo ich meine, wäre aus dem Aldi, ist da das Türchen. Und es ist auch die Sternschnuppe. Der dürfte wieder aus dem Niedel sein. Dann müssen wir hier runter gehen. Da ist das Türchen. Auch ein Auto. Jetzt wisst ihr, welcher Adventskalender kommt. Bei diesem zweiten Geschenken Adventskalender war ja da oben das Türchen. Und das Schaukelpferd kommt zum Vorschein. Damit sage ich mal, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auch am morgigen Montag.